Ich lasse das jetzt einfach mal so dahingestellt, dass sie eingefroren ist. Achso, Münze haben wir bekommen, okay. Wo willst du hin? Okay, hier ist nichts, keine Geheimgänge. Bin ich so blöd dafür, die zu finden, oder sind die einfach sehr, sehr gut versteckt? Ich habe bisher echt noch keine gefunden hier. Das ist echt... Very knapp. Okay. Okay, das mit dem Angreifen habe ich auch schon jetzt ein bisschen besser drauf. Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. Er ist schon wieder nicht gesprungen. Da, 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 da. Oh. Oh, Kopf. Ah, okay. Hier darf man runterfallen. Das ist schön. Viel zu spät gesprungen. Aber man kann ja auch gucken, ob hier unten mal irgendwas ist. Nö, natürlich nicht. Und da hinten, der Checkpoint soll irgendwie so aus, als ob das schon ausgelöst wäre. Ah, nee, das ist ein Cusco-Kopf. Oh, nee, das ist ein Cusco-Kopf. Okay, nix. Ich bin, glaube ich, zu blöd, um die Geheimnisse hier zu sehen. Ah, guck mal. Energie. Ich hätte schon fast dran vorbeigelaufen. Oder ist das da? Nee. Habe ich doch richtig gesehen. Auto. Dezent laut. Oh mein Gott. Ich hätte vielleicht auch Fenster zumachen können, aber, nee. Nee, nee. Nimm. So, ist das wieder tot hier? Ja, tot, 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 tot. Na? Na, mach auf hier. So. Na gut, gehen wir mal ran. Gucken wir, wo wir rauskommen. Ah. Ah, nee. Das sah jetzt so aus. Als ob das hier da wäre, wo wir auch... wo ich eigentlich hin wollte. bin ich doof? Habe ich das vorher nicht gesehen, dass da... Ach, Moment. Moment. Das war die... Das war die Tür, wo ich dachte... Ach, das ist doch eine Tür. Und wo kriege ich jetzt den zweiten Cusco-Kopf her? Das finde ich jetzt aber nicht so geil. Ach. Ich bin doch doof. Wo kriege ich jetzt den zweiten Cusco-Kopf her? Ja, natürlich da, wo ich eigentlich auch hin wollte. Nimm ich hier. So. Hör doch mal auf, ey. Nimm das! Richtiger Spacko. Ich mag die nicht, wenn die mit ihrem komischen Piekser da... rumpiksen. Nimm es! Schon wieder ein Kopf, ne? Ja. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch hin. Müssen wir den Kopf abschießen? Nein. Dann gehen wir mal mit dem Ding durch die Tür. Ah, guck mal. Los, geh runter. Dankeschön. Es ist aber nix passiert. Ist das richtig? Ach, Moment. Wir müssen dann wahrscheinlich... ...das ganze Ding... ...ja, das ganze Ding hier draufstellen. So. Da hin. Hier unten nochmal alles schnell absuchen. Ob hier noch irgendwas ist. Nö. Geh dann den Kopf noch da drauf. Und dann wird sich irgendwas tun. Auf jeden Fall. Hoffentlich. Hoffentlich. Ah. Das Wasser ist weg. Okay. Und dafür ist jetzt hier Wasser. Alles klar. Ja gut, dann können wir ja wieder zurückgehen, ne? So, was haben wir denn hier? Da war auf jeden Fall so ein Klotz, den ich gesehen hab. Wofür brauchen wir den, um da hochzukommen, oder was? Ansonsten ist hier nichts. Ich glaub, wir brauchen den, um da hochzukommen. Oder? Ich glaub, so hoch... Ne, so hoch können wir nicht springen. Ja, dann... ...klicke ich den hier runter. Ja, den kann man hier hinstellen, wo man will. Wahrscheinlich dafür, dass man dann... Oh ja. Kann ich... Ne, von dir kann ich nichts nehmen. Ja, dann bleib du mal da so. Wie du bist. Was macht das Kind hier? Ey, du Dreckskind, ey. Ich sammle jetzt hier erstmal die Dinger ein. Okay, also es ist natürlich klar, was wir hier machen müssen. So, bitteschön. Ha, ein Stein genügt nicht, um mein neues Fahrrad kaputt zu machen. Tja, du bist ja schon in zwei Stück reingerückt. Nicht so ein Dreckskind, ey. Oh ja. So. So. Los, stirb. Ha, ein Stein genügt nicht, um mein neues Fahrrad kaputt zu machen. Oder muss ich die hintereinander stellen? Weiß ich jetzt nicht. Okay. Nicht, um mein neues Fahrrad kaputt zu machen. Au, 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 au. Hm. Tja, aber mach ich den jetzt dann wieder. Nehme ich den mal. Nimm ihn. Gott. So, ist hier noch... Ja, da ist noch einer. Kann ich die stapeln? Kann ich dann beide nehmen? Nee. Du hast mein Fahrrad schon wieder kaputt gemacht. Warte nur, nächstes Mal bist du fällig. Was bin ich nur für ein böses Lama? Ey, da ist jetzt mal der Kusku Kopf. Oh ja. Oh ja. Und jetzt müssen wir nicht mehr wieder zurück. Aber ich guck mal, ob doch zufällig hier irgendwas passiert ist. Sieht aber nicht so aus. Schade. Ne. Das Kind können wir auch nicht nochmal angreifen. Gut. Dann geht es zurück. Ah, okay. Jetzt brauchen wir den hier auch nochmal. Den Stein. Da fehlt uns aber einiges. Ich dachte, das wäre jetzt das Ende so gewesen. Ich dachte, das wäre jetzt das Ende so gewesen. Das wäre ganz geil, wenn ich nochmal so Energie kriegen würde. Ne, das ist nur ein Grafikfehler. Tja. Tja, ich weiß nicht. Wir haben bestimmt... Ach, wir haben ja alle Geheimnisse. Äh, alle Münzen. Okay. Okay, gut. Ähm, aber uns fehlt ein Geheimnis. Das war ja klar, dass das so weitergeht heute. Dafür war die erste Aufnahme viel zu gut. Das war ja klar, dass das so weitergeht. Oh, Dschungel nach Kapitel 3, das sieht nach einem Verfolger-Level aus. Das sieht nach einem Verfolger-Level aus. Und wie. Ich glaube, in Tatsachen gab es auch sowas, das sah so ähnlich aus. Aber das ist jetzt sehr, 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 sehr alt. Oh, ich glaube, man muss... Ich glaube, man muss hier voll Spam-Tasten, oder? Also gut. Um mich zu retten, musst du diese Tasten schnell drücken und mich um die Hindernisse herum bewegen. Mhm. Solche Spiele hat man in den 80ern gespielt. Okay, los geht's. Ja. Oh, scheiße. Ich habe eine Münze. Töte mich! Ich habe eine Münze verpasst. Wie komme ich denn da hin? Wie kriege ich denn diese Münze? Ah, mit unten. Das ist ja doof. Ich habe schon wieder eine Münze verpasst. Ich habe schon wieder eine Münze verpasst. Das ist halt dezent anstrengend, ne? Oh. Na gut. Dann können wir jetzt noch die... ...andern Tasten... ...äh, die anderen Tasten, genau. Die anderen Münzen holen. Ich habe jetzt auch mal, wie man vielleicht hört, den Controller auf meiner Hüfte abgelegt. Beziehungsweise auf meinem Oberschenkel. Dann kann ich nämlich besser drücken. Schon wieder verpeilt. Mein Arm wird lahm. Oh nein, ausgewichen. Oh, meine Nase juckt. Oh, ich glaube, hier gab es noch irgendwas mit einem Fluss in dem Spiel. Oh. Oh, ich glaube, hier gab es noch nichts mit einem Fluss in dem Spiel. Oh, ich glaube, hier gab es noch nichts mit einem Fluss in dem Spiel.